Ja, willkommen zurück bei Epic Bowser... Ne, wie war's? Epic Super Bowser World. Und wir gehen jetzt in das siebte Level rein und versuchen das nochmal mit dem Propellerhead, den wir uns im letzten Part geholt haben. Ich hoffe, das wird diesmal funktionieren. Und ja, eigentlich bin ich da sehr, sehr guter Dinge. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt sogar noch einen Propellerhead in der Tasche. Das heißt, wenn ich jetzt einmal getroffen werden sollte, ist es gar nicht so schlimm. Das kann ich noch verkraften. Jetzt einfach ein bisschen konzentrieren, ein bisschen chillen. Und dann sollte das ordentlich hinhauen. Komm, du gehst mal weg, weg. Ich meine, wir können ja jetzt auch über alles eigentlich rüberfliegen. Das juckt uns alles gar nicht mehr jetzt. Komm her, kleiner Mantel. So. Hier können wir auch einfach rüber... So, jetzt kommt die schwere Situation, in der wir rechtzeitig springen müssen. Nur springen. Ja, geschafft. Das ist bestimmt die schwerste Starcon überhaupt in diesem Spiel. So gemeingesetzt. So, den Rest sollten wir, denke ich, hinbekommen. Also, ich meine, so schwer ist es dann, glaube ich, auch nicht. So. Hier können wir jeweils wieder einmal rüber. Weil die ja schon teilweise auch gemein sind. Die Monty's, die da einfach mal rausploppen. Die Starcon können wir uns auf jeden Fall speichern. Das ist schon mal sehr positiv. Äh, nee, das Ding möchte ich eigentlich nicht mitnehmen. Vielleicht können wir es noch gebrauchen. Da oben ist schon die nächste Starcon. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Mit diesen Schiebedingern hier. Das heißt, man muss die ordentlich positionieren, um da letztendlich hier ranzukommen. Die roten Menschen brauchen wir nicht. Der Meinung bin ich jetzt einfach mal. Wow. So. Dann können wir hier wieder rüberfliegen. Hier ist ein Item. Wie es ausschaut. Nehmen wir uns mal mit. Scheiße. Und falls ihr euch fragt, warum? Ich. 20 Leben habe statt 19. Äh. Ja, sind wir mal so frei und erzielens. Äh. Ich musste mir den Spielstand neu erspielen. Sprich einfach. Ja. Weg. Warum auch immer das so war. Auf jeden Fall war er weg. Und deswegen. Ja. Musste ich das nochmal machen. Scheiße. Ähm. Wenn ich jetzt. Dann komme ich mir jetzt da dran. Gucken wir uns das mal an. Also wenn ich jetzt dieses Ding werfe, dann fällt die Münze ja runter, ne? Die Münze. Kriege ich die denn dann nach oben? Wenn ich jetzt so mache. Die geht dann ja runter. Ja, ich bin nicht schwer genug. Scheiße. Äh. Lalalalalala. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Ich kriege hier keinen anderen Gegenstand hin, der das beschweren könnte. Zweiter Spieler wäre nicht schlecht, ne? Welchen zweiten Spieler? Kann ich einen zweiten Spieler reinholen? Jetzt noch, mitten im Spiel. Geht das? Ich versuch's mal. Ich drück jetzt hier. Registrier dich. Anderen Controller mal eben holen. Währenddessen. Äh. Und. Ah. Mein regulärer Controller ist wieder drin. Hallo? Hallo? Nr. 2 auch? Okay. Ne, Nr. 2 nicht. Wieso nicht? So, Leute. Sechs Minuten später habe ich einige Batterien ausprobiert. Es funktioniert einfach nicht. Er nimmt den zweiten Controller nicht an. Er erkennt den ganz kurz und dann ist es wieder weg. Das heißt, keine Ahnung, wie wir dich Starcoin holen sollen. Zweiter Controller geht anscheinend nicht. Das heißt, Starcoin, Arschlecken. Wir müssen die auslassen. Na, kann ich auch nichts für. Wenn das nicht geht, dann geht's nicht. Bitteschön, bitteschön. Ob es jetzt an Revolution liegt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es nicht. Können wir vergessen. Hatte ich die ganze Zeit schon keinen Propeller-Head mehr? Bin ich blöd? Hatte ich doch eigentlich, oder? Haben wir den verloren? Wie schlecht sind die da? Bin ich ja lustig. Wow. Okay. Gut, dann sehen wir es trotzdem als 100% an. Denn das, was spielerisch nicht möglich ist, kann ich nicht holen. Ich kann es nicht ohne irgendeinen Gegenstand oder einen zweiten Spieler holen. Von daher... Äh... Pustekuchen. Drittes Starcoin wird nicht gemacht werden können. Ich kann es jetzt gerne nochmal im Menü versuchen, ob es dann akzeptiert wird. Ähm, die Batterien sind... Ähm, die Batterien sind... Ich habe jetzt den anderen als erstes erstmal registrieren lassen. Ja, komm. Hat er gefunden. Ja. So. Den, mit dem ich eigentlich die ganzen Parts gemacht habe, mache ich jetzt auch. Ja, komm, erkennt. Bitte. Hallo. Mach da einfach nicht. Der ist 100%ig nicht leer. Mit dem habe ich die ganze Zeit gespielt mit vollen Batterien. Er hat mir die gerade noch als voll angezeigt. Als ich den anderen noch nicht... Also das Problem noch gar nicht hatte. Also das geht nicht. Ihr seht, das ist absoluter Schwachsinn. Es sei denn, es funktioniert jetzt noch beim letzten An... Naja, okay. Alles klar, funktioniert nicht. Können wir nicht ändern. Müssen wir die Starcoin leider auslassen. Was bedeutet, dass wir, ähm... Ja, ich glaube, dann können wir nicht in die neunte Welt, oder? Können wir nicht das Bonuslevel betreten. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Äh, müssen wir mal gucken. Erstmal machen wir noch das hier. Das Luftschiff. Das erwartet uns natürlich auch. Da, 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 da. Versuchen wir hier auch einfach mal so schnell wie möglich gut durchzukommen. Bap. Na, dort blödet das Ding dort. Ich hoffe, das raubt mir jetzt nicht zu sehr den Nerv. Oh nein. Ehrlich? Lakito? Okay, ob sich das gelohnt hat, hat keine Ahnung. Eigentlich hätte ich das ja auch so machen können. So. Da wir Lakitu hier holen können, könnte es ja sein, dass hier oben in der Luft irgendwas Wichtiges ist. Aber ist anscheinend nicht die Star-Coin. Da unten ist eine Star-Coin. Junge, willst du mich verarschen? Verpiss dich doch! Geh doch weg! Soll ich da unten hinkommen? Bitte! Meine Nerven sind schon wieder auf 180, weil das mit dem scheiß 2 Spieler nicht geht. Echt, ey, da kriegst du echt die Krise. So, wie kann man Items nochmal einsetzen? Na, wir haben nur das Item, ja, wunderschön. Weil ich mit dem Spiel schon ja neu erspielen muss, deswegen müssen wir klein reingehen. Wunderschöön! Ja, die Laune, die bessert sich natürlich immer wieder. Mit solchen Behinderten-Drecksfehlern. Dass die Konsole mitbringt, oder der Hack, ich denke eher, dass es der Hack ist, weil Mario Kart und so ein Scheiß geht natürlich auch als Zweispieler. Hundertprozentig. Kann ich mir versichern. Hab so mit der Schwachsinn. Das ist da jetzt die ganze Zeit. Da trifft dieser Affenarsch mich einfach die ganze Zeit. Geh weg, Junge. Bist du geistesbehindert? Bist du geistesgestört? Verpiss dich doch! Ich bin da hoch. Meine Fresse. Na komm her. Ah, jetzt weiß ich glaube ich wie man da dran kommen kann. Es ist mir gerade in den Sinn gekommen. Und zwar mit ihm vielleicht ja, runterfliegen. So. Das am besten nicht kaputt machen, sonst können wir da nicht mehr rüber. Das können wir eigentlich kaputt machen. Und dann lassen wir uns treffen. Wir sind die die Besten. Ja. Schön. Jetzt sind wir wieder bei den 20 Level. Ja, ja. Ja, Luftschiff und Dings, ne. Machen wir uns natürlich sowas von fertig. Was für Lieder das jetzt sind und so. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Bin gerade überhaupt nicht vorbereitet, um euch das zu sagen. Aber ihr findet es natürlich auch immer in der Videobeschreibung. Also nicht verzweifeln, nicht verzagen. Einfach mal die Videobeschreibung fragen. Geh weg. Warum? Warum? Echt jetzt? Mann. Ja, schön. Sind wir jetzt schon klein. Das heißt, können wir eigentlich gar nicht mehr schaffen. Das erfreut uns natürlich. Super. Wenn das mal kein Glück war. Auch schön, wie das hier rumbackt. Genau. Genau. Komm nochmal. Ja, das macht so viel Spaß, dieses Level. Ich hab mich schon an wie so ein Geistesgestärter. Aber das ist doch echt nicht wahr. Zweiten Controller kann ich nicht registrieren. Das heißt, ich kann mir die letzte Starcoin in dem siebten Level nicht. In dem sechsten. Welches Level war das? Siebte, ne? Ja. In dem siebten Level können wir uns die Starcoin nicht holen, weil das Spiel einfach mal einen Fehler hat. Oder der Hack. Und ich mach wieder denselben Fehler wie immer. Ich bin so ein total behinderter Scheißidiot. Idiot. Verpiss dich, Mann. So, jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Boah, ey. Herrlich. So krass. Ich glaub, ich brauch dieses Explosionsding da unten. Zum Aufhören zu werfen. Dankeschön. Versammelt, würd ich sagen. Kommt das nochmal wieder? Ne, kommt's nicht. Scheiße. Gut. Hier kriegst... Das Ding müssen wir nicht irgendwie aufkriegen, hier, ne? Und das kriegen wir natürlich nicht auf, wenn wir das nicht aufspringen können. Und hier... Ne, da können wir auch nicht rein. Das heißt, wir sind jetzt quasi gearscht. Ja. Eindeutig. Geh weg, alter Junge. Na, komm her. Komm her. Junge, wie fliegst du eigentlich? Wo hast du dein Fliegen gelernt? Dankeschön. Das Ding lässt sich so toll steuern. Das ist unglaublich. Als ob ich mich da jetzt in den Tod stürze. Für dieses eine Leben. Macht ja irgendwie keinen Sinn, oder? Gut, dann speichern wir das halt erstmal ab. Hier müssen wir natürlich auch wieder gegen den Boss kämpfen, quasi. Gegen den Zwischenboss oder so. Ist bestimmt auch lustig. Ja, bin ich mir sicher, dass das lustig wird. Denn... Wir müssen das Level zweimal machen. Haha. So, ich flieg jetzt wieder hier mit nach oben. Ja. Was ist das hier? Oh! Hä? Die zwe... Die zweite Starcoin? Wofür? Äh... Äh... I don't understand. Wird ich nix verstehen tun? Geh weg! Junge, ich will nicht sterben. Das ist nicht wahr! Gleich ist der... Boah, ey. Ich... Keine Worte für dieses Scheiß-Level. Ich finde keine Worte für dieses Scheiß-Level. Ich finde keine Worte für dieses Scheiß-Level. Jetzt sind wir ganz klein und können es vergessen. Eigentlich... Ich rush jetzt hier einfach durch. Ich weiß ja, dass da eh nichts mehr kommt, außer die eine, wo ich locker drankomme. Wegen Arschlecken. Ich untersuche hier jetzt nix mehr. Mhm. Mhm, bestimmt. Diese Drecksviecher. In Bewegung bleiben. Weg, fortlaufend. Laufen, laufen, bewegen! Und wieder klein. Und vor allem, wir müssen den Fight auch noch schaffen. Und das als klein? Hm. Warte, dat denn! Schnell da oben rein. Was ist das? Bitte, bitte gib mir ein Power-Up. Oh, danke für den Menschen. Oh, warte mal. Ich brauche deinen... Dein Gefährt brauche ich. Guck mal her. So, und schnell, 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 schnell. Drittes Darkoin. Hä, was war denn dann in dem Rohr, was so schwer zu öffnen war? Bin festig jetzt aber nicht. Ja gut. Gibt es hier noch irgendwo ein Power-Up? Okay, wenigstens eins. Das heißt, wir sind nicht als Kleiner gegenüber des Bosses. Gucken, ob wir das schaffen. Den Fight kennen wir, aber ob er verändert wurde? Hm. Haha, sagt er. Aha, Wolken sind, glaube ich, neu, ne? Die unsere Sicht behindern sollen. Na gut. Versuchen wir unser Bestes, würde ich sagen. So, erster Treffer. Jetzt rastet er bestimmt wieder aus. Mit seinen behinderten Flammen. Autsch, Scheiße. Komm, letzte Kugel, nächste Kugel, nächste Kugel, nächste Kugel. Gib mir die nächste Kugel, Mann. Gib mir die nächste fucking Kugel. Boah, wir haben es geschafft. Boah, wir haben es geschafft. Das war knapp. Ich hatte so wenig Fläche zum Stehen aktuell. Und zum Glück ist er noch ein bisschen nach rechts geflogen, nur dass wir ihn treffen konnten mit dem... Boah. Alter Schwede, das war fucking knapp. Mein Gott, war das... Was ist das für ein Part? Ich kann die Starcoin nicht holen, dann klappt das Luftschiff einfach gar nicht. Weil ich dachte, ich müsste da rein. Und dieser Kampf so knapp. wie so ein emotionsgeladener Part. Ohne Scheiß. Ja, wenn ihr einen Tipp habt, wie ich die letzte Starcoin da noch holen kann, dann auf jeden Fall ab in die Kommentare. denn mir... schwebt keine Idee vor. Hm. Safe. Ja, safe. Schön. So. Würde es ja echt gerne nochmal versuchen, irgendwie, ne? So, da sind wir angekommen. Ich hab's jetzt doch geschafft, man muss nämlich eigentlich einfach nur Start drücken, wenn man auf der Weltkarte ist und Add Player machen. Äh, ja, war ein bisschen blöd von mir, aber gut. Ähm, ich mach jetzt einfach mal so. Nein. Ähm, ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, nun steht der Luigi auf der Plattform gleich das Gewicht sozusagen aus und ich kann mich jetzt noch mit draufstellen und das hochschieben, ohne dass er stirbt und somit die Münze ein bisschen berühren. Das reicht dann auch schon. Den Luigi brauchen wir nicht mehr großartig, den musste ich jetzt auch nicht retten. Deswegen packen wir ihn jetzt gleich einfach wieder in eine Blase und dann, ja, ist schon in eine Blase. Wunderbar. Und dann beenden wir das Level noch beziehungsweise ich und ja, so was haben wir das gehört. bist? ich bin einig. Ich bin einig.